Hi, ich bin Olympia und hinter uns geht hier das Hermann-Feuchten-Gymnasium in Blomberg. Heute startet die letzte Schulwoche vor den Sommerferien, unsere Projektwoche. Wir sind die drei Moderatoren und führen euch durch die Projektwoche. Ich bin Isabel, mein Name ist Lia, aber zuerst zeigen wir euch mal die Gesundheitstage der 5. und 6. Klassen. Viel Spaß euch! Für die Schüler aus der 5. bis 6. Klasse finden in der letzten Woche vor den Sommerferien die Gesundheitstage statt. Schülerinnen und Schüler können sich innerhalb dieser Woche mit unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten beschäftigen und sich mit gesundheitlichen Themen wie Ernährung und Konsum auseinandersetzen. Zu den sportlichen Aktivitäten gehört zum Beispiel Tischtennis, Parcours und Einradfahren. Die Schülerinnen und Schüler können so ihre Interessen wecken und ihre sportlichen Talente fördern. In dem Fußballprojekt wird außer Fußball auch noch Bubble Ball gespielt. Und jetzt zeigen wir euch ein paar Ausschnitte davon. Neben den normalen Spielen auf dem Feld, Bubble Ball und Trainingsübungen, haben die Schülerinnen und Schüler zudem auch eine Tagesfahrt nach Wolfsburg gemacht, um sich dort ein Testspiel des VfL Wolfsburg gegen SM Caen in der Volkswagen Arena anzuschauen. Hier ist das Tanzprojekt, in dem viele verschiedene Tanzstile ausprobiert werden. Im Hintergrund könnt ihr bereits die Proben zu den Choreografien sehen, die am Ende der Woche vorgestellt werden. Beim Klettern wird eine Vielfalt verschiedener Techniken ausprobiert, die dann am Ende der Woche sowie die anderen Projekte vorgestellt werden. Die Teilnehmer dieses Projektes stellen innerhalb von fünf Tagen ein eigenes Lautsprecherpaar her. Neben der angewandten Praxis beschäftigen sich die Teilnehmer auch mit den Funktionsweisen und der Technik von Lautsprechern. Begleitet wird das Projekt durch den renommierten Spezialisten Herr Fricke, der Firma Klangmeister aus Lemgo. Jetzt sind wir bei dem Lautsprecherprojekt. Wollen Sie sich erst mal vorstellen? Ja, mein Name ist Dieter Fricke. Ich komme aus Lemgo von den Klangmeistern. Wir entwickeln Lautsprecher, wir bauen Lautsprecher und wir optimieren und reparieren Lautsprecher. Hier bei dem Simpsons-Projekt sehen die Schülerinnen und Schüler einige Folgen der philosophischen Kultserie, um sie anschließend zu analysieren. Abschließend wollen wir euch noch einen Einblick in ein geschlossenes Projekt geben. Schon einmal hat das HVG zusammen mit der Firma StratoFlight einen Stratosphärenballon steigen lassen. Der Ballon trägt mit sich eine Sonde, die durch die Teilnehmer des Projektes mit einer Vielzahl von Sensoren für Flugdaten und mit kleinen Experimenten ausgestattet worden ist. An Bord war auch eine Kamera, die den gesamten Flug gefilmt hat, sowie ein GPS-Tracker zum Bergen der Sonde. Die Bergung kann sich auf mehrere Tage hinausschrecken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.